Hey, was alle zusammen. Der Album vorverkauft von Inferno ist offen. Und wir haben noch ein spezielles Zeichen für euch. Wenn ihr jetzt das Album vorbestellt, könnt ihr das Tiamat und könnt ihr es ab sofort downloaden. Für Tiamat ist es etwas von uns zu zeigen. Genau, ich bin Gregor von All Lady und ich freue mich, dass ich bei diesem Song helfen und wie das heute wirken wird, dass ich mir mehr war. Und das ist alles Album vor, sind gespannt und merken zu können. Cheers! Merci!